Bisher bei Quantum Break, ich kam nach Hause, um meinen Freund Paul Serene zu sehen. Jack Joyce. Höchstpersönlich. Er wollte mir zeigen, woran er gearbeitet hatte. Es würde die Welt verändern. Zwei Minuten in die Vergangenheit. Jack. Will. Du musst mir helfen. Wir müssen das Ding abschalten. Der Nullzustand. Was haben wir getan? Jack! Jack! Es gibt nur diesen Weg. Ich gehe durch die Maschine. Paul, warte! Nein! Jack! Hier entlang! Jack! Wo ist Jack Joyce? Wo ist mein Bruder? Vielleicht kannst du sie noch einholen. Paul? Tut mir leid, Jack. Ich habe das nicht gewollt. Wir fahren eine harte Linie. Alle möglichen Bedrohungen für unseren Plan müssen ausgelöscht werden. Die Zukunft erschien mir so klar, als ich alles nochmal durchlebte. Als ich den Moment meiner Abreise erreicht hatte, war das vorbei. Seitdem orientiere ich mich nur noch an dem Plan und den Visionen. Ich wusste, dass Jack zu mir kommt. Das hatte ich gesehen. Aber ich wusste nicht genau, warum. Oder wie es enden würde. Da ist er. Sie hatten recht. Meine Visionen der Zukunft sind nicht immer klar, aber sie lügen nicht. Apropos Lügen. Joyce sagt, er hätte die Zeitmaschine seines Bruders gefunden. Wir haben sie 17 Jahre lang gesucht und er findet sie in weniger als einem Tag? Klingt eher unwahrscheinlich. Und doch wissen wir, dass sie da draußen ist. Aber nicht, was ihm sein Bruder sagte. Wenn er die Maschine gefunden hat, würde er es Ihnen verraten? Ich vermute, dass er sie reinlegen will. Vielleicht, aber die Maschine ist da draußen. Und wir werden herausfinden müssen, wo. Wenn Jack es weiß, muss ich mit ihm reden. Dr. Joyce hätte uns die Antwort auf diese Frage geben können. Williams' Einstellung und Wissen haben ihn zu einer Gefahr gemacht. Wird dieser wütende junge Mann denn kooperativer als sein Bruder sein? Ihr Urteilsvermögen ist dadurch getrübt, dass Sie sich an Jack als einen guten Freund erinnern. Sie müssen Ihre Gefühle aber außen vor lassen. Das tue ich. Dann vergessen Sie nicht, weshalb wir hier sind. Nach allem, was geschehen ist, brauchen unsere Leute das Gefühl, dass wir alles unter Kontrolle haben. Sie sind derjenige, der Sie auf unsere Seite bringen kann. Ich kümmere mich um Joyce, damit Sie sich auf Ihre Rede konzentrieren können. Ich weiß, was hier auf dem Spiel steht, Martin. Hallo und herzlich willkommen, liebe Quantrum-Break-Freunde. Ich bin der Zap, machen wir weiter mit unserem Let's Play. Leider mit einem Tag Verspätung. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, aber ich musste unbedingt im Planet Coaster den Messeturm in Frankfurt fertig bauen. Mr. Joyce wartet unten auf uns. Klappe, ich rede jetzt. Leider dauerte dieser Messeturm ein bisschen länger, aber jetzt ist er fertig und jetzt können wir uns wieder Quantum-Break widmen. Ja, wir spielen hier wieder Mr. Böse... Ist das ein Bösewicht oder... Eigentlich ja, oder? Das ist der Böse hier in dem Spiel. Guck mal, wie geil das mit der Sonne aussieht. Das ist der Böse im Spiel. So. Obwohl das Jahr von Jack ein guter Freund aus früheren Tagen gewesen ist. Was ist das hier? Kann ich da mal E drücken? Wir sollten los. Klappe, ich muss hier E drücken. Was macht das Zeug hier? Es sollte doch schon alles bereit sein. Wir sind im Zeitplan. Verlieren Sie sich nicht in Kleinigkeiten. Ey, wenn ich wissen will, was das Zeug hier macht, dann hast du mir das zu sagen. Ich bin hier nämlich der Big Boss. Ja? Kann ich jetzt eigentlich auch... Ja, der kann das auch. Den Zeitblick. Guck an. Guck mal, da unten steht ein Auto. Schön. Schön für das Auto. Können wir hier über das Geländer gucken. Ja, ein bisschen. So, aber da unten ist Jack. Ist auch so eine Tüte. Tja, da ist ein Auto. Soll ich mal zu dem Auto gehen? Da bist du ja. Ich wollte mir den Lebensstil der Kranken und Verräter einmal aus der Nähe ansehen. Und es war eine so nette Einladung. Wie wollen Sie das jetzt machen, Paul? Ähm, tja. Du dich auf deine persönlichen Angelegenheiten oder auf den Auftrag konzentrieren willst. Aha. Paul. Ja? Was sollen wir wegen Joyce unternehmen? Warte mal. Ich muss ja erst mal gucken. Was ist das denn jetzt? Hat er hier zwei Punkte. Was kann ich denn damit machen? Cool. Ich könnte noch immer versuchen, Jack zu erreichen und ihn zur Vernunft zu bringen. Oder Hedge könnte sich um ihn kümmern, damit mich nichts von der Leitung Monarchs ablenkt. A. Halten, um Persönliches zu zeigen. D. Halten, um Geschäftliches zu zeigen. Machen wir erst mal A, oder? Ich bin in die Vergangenheit gereist und habe versucht, alles zu ändern. Beantworte mir diese Frage, Paul. Ich habe Jack mehr vertraut als sonst jemandem. Es war meine einzige Chance, ihm die Wahrheit zu erklären. Was soll das heißen? Niemand hat den Schützen gesehen. Aber wenn ich nicht dort wäre, um meine Rede zu halten, würde mein Imperium wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Serene beschließt, sich auf seine Beziehung zu Jack zu konzentrieren und Monarch für den Moment, sich selbst zu überlassen. Hm. Ist er so? Man weiß es nicht. Gucken wir uns mal D an. Ich glaube fest, dass Hoffnung zu Fehleinschätzungen führt. Und wie wir beide nur zu gut wissen, Mr. Joyce können Fehleinschätzungen schnell zu Katastrophen führen. Und damit bleiben mir nur Sie, Mr. Joyce. Aber mein alter Freund wäre ein hoffnungsloser Fall. Tod und begraben, zusammen mit dem Rest meiner Vergangenheit. Heute wird gefeiert. Gefeiert im Angesicht der Dunkelheit. Heute feiern wir, weil ich versprochen habe, dass wir bereit sind. Mit meiner Anwesenheit würde Monarch stärker werden. Der Plan würde sich wie vorgesehen entwickeln. Hm. Die Frage, nächste Frage. Lassen wir ihn jetzt mal ein bisschen menschlich werden oder lassen wir ihn einfach geschäftsmännisch, skrupellos sein Ding durchziehen? Serene beschließt sich auf die Leitung von Monarch zu konzentrieren, anstatt Zeit mit Jack zu verschwenden. Komm, die erste Entscheidung haben wir ja relativ hart getroffen. Ich glaube, jetzt machen wir, kommen wir, äh, ich weiß nicht. Jetzt machen wir, komm, wir machen jetzt A. Wir lassen ihn mal so ein ganz kleines bisschen in alten Zeiten schwelgen. Ja, und ein bisschen die Beziehung zu Jack. Ja, mal gucken, was da rauskommt. Komm, wir machen A. Wir machen jetzt A. Ich bin in die Vergangenheit gereist und habe versucht, alles zu ändern. Beantworte mir diese Frage, Bo. Ich habe Jack mehr vertraut als sonst jemandem. Es war meine einzige Chance, ihm die Wahrheit zu erklären. Was soll das heißen? Niemand hat den Schützen gesehen. Aber wenn ich nicht dort wäre, um meine Rede zu halten, würde mein Imperium wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Ähm, hm. Kuh-Auswahl bestätigen. Habe ich doch... Achso, ich muss... Ah, blöd. Ich muss Kuh drücken. So. Martin, ich befürchte, Sie müssen die Rede heute Abend für mich übernehmen. In Ordnung. Jack und ich haben sehr viel nachzuholen. Ja. Ich habe gesehen, wo es ihm führt. Ich war am Ende der Zeit und bin im Entkommen bis ins Jahr 1999, wo alles begann. Ich habe versucht, etwas zu ändern. Aber durch den Versuch sind diese Dinge überhaupt erst passiert. Also, Knotenpunkt 2 Persönliches. Du hast beschlossen, dass sich Serene auf seine persönlichen Angelegenheiten konzentrieren soll. Und 54% der Community stimmen meiner Wahl zu. Yeah. Über die Hälfte. Ja. Ist ja nicht so schlecht, oder? In der letzten Abstimmung kam direkt hier hinter, glaube ich, die erste Folge der Realserie, oder? Wir klicken mal fortfahren. Mal gucken, ob jetzt die nächste Folge kommt. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt direkt hier hinter setzen soll. Aber mal gucken. Pass mal auf. Ja, genau. Die Zeit löst sich auf. Irgendwie hat sie... Ja, 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 ja. Ich mache jetzt mal hier Pause. Warum? Ich glaube, diese Folge sollten wir uns alleine bei uns in der nächsten YouTube-Folge angucken. Die sollte alleine stehen, die Realserie, oder? Glaube ich. Dann wird diese jetzige Folge hier bei uns zwar ein bisschen kürzer, aber ich kann es leider nicht ändern. Man kann so schlecht einschätzen, wann hier die Realfolgen kommen. Aber ich glaube, das geht auch in Ordnung für euch, oder? Dann machen wir hier erst mal Schluss. Und in der nächsten Folge schauen wir uns hier die nächste Realserien-Folge an. Bis hierhin erst mal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Euer Zapp. Bis zur nächsten Folge. 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 Untertitelung des ZDF, 2020